Ich kann ja meine Playstation lighten, wenn du magst. Ja, danke fürs Angebot, Bro. Lieber Algram Tuck. Weiß nicht, es erscheint mir irgendwie so... ...sehr seltsam, wenn ich mir eine ganze... ...ganze fucking Konsole kaufe für ein Game. Irgendwie weird. Aber vielleicht würde es in Zukunft sich lohnen. Spider-Man oder sowas, keine Ahnung. Aber eigentlich würde ich halt nur diese Dark Souls Games auf der Playstation spielen wollen. Also die Souls-like Games, halt. Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, keine Ahnung. Weil selbst so God of War oder sowas, das guckt ja keiner bei mir dann zu. Ihr guckt ja bei mir nicht zu für Story-Games. Ihr guckt ja bei mir zu für Try-Hard-Games. Ihr wollt, dass ich gegen Malenia und möglichst oft sterbe. Nicht wahr? Dafür seid ihr da. Ja. God of War hat einen schweren Modus, Schwierigkeitsgrad. Ja, aber das ist doch immer bei solchen Games lächerlich, oder nicht? Das ist dann wie Witcher 3 auf Death March spielen. Ist das auch free? Oder? Ist God of War hart, Chat? Ist das ein Souls-like? Oder ist das free? Keep those scissors away from my clothes. She's so beautiful. Oh, schnipp, schnipp. Level 2 gleich. Bei ihm, nicht bei mir. Ja, oftmals ist Early-Games ganz gut für Kessanta. Und dann auf einem Item ist komplett lost. Und schon auf Leeching-Lea und so ist schon schlechter fühlen. Because you're amazing. Müssen ich beide Minis deswegen? What? Wie hat die Qs nicht gekillt? And Stairs for a while. Diese Liebessong ist auch mega aus der Meta gefallen, kann das sein? Vorher gab es ja nur sowas. Bruno Mars, Justin Bieber. Gibt es einen jetzigen Generation Justin Bieber und Bruno Mars? Gibt es das? So, jetzt 14-Jährige? Locker. Oh, Burnham. Das glaube ich, das... Röki. Haha, natürlich. BTS? Wie viel von BTS-Songs, also prozentual ist auf Englisch? So 50%? 14, ja. Also ich 14 war, haben die Mädels alle Justin Bieber gehört. Dave. Trust. Und Bruno Mars, Trust. Ich weiß auch, von dem Bro, der mir liegt, beigebracht hat oder gezeigt hat. Marc B-Punkt, dessen Schwester war ein riesiger Bruno Mars-Fan. Ich glaube, die war damals auch so, 14, 15, bestimmt. Wir waren so 13, ich glaube, sie war zwei Jahre älter oder so. Worte hin, komm. Gut, wir haben jetzt schon die WF gebounced. Also, der erste Game richtig gut verwertet. Der einzige, wo Cassandra relativ nice ist gegen Gwen. Gwen ist immune. Benger Matchup. Ich bin jetzt unbedingt findest, dass ich die WF von der Tomkriege. Ich kämpfe, dass ich die WF von der Tomkriege. Und stairs for a while. Man hat zu spät ge- geht, er ist traurig. Wir haben von der WF Level 6, genau wie er. Aber wenn wir zuerst pushen, werden wir jetzt auch zuerst Level 6, natürlich. Wir haben von der WF Level 6, genau wie er. Ob ich ihn treffe, ob ich ihn treffe oder nicht. Ich kann nicht gewinnen, wenn er ultet. Die hat ein Cookie, kurz ich meine. Catch my breath. wenn ihr beide die bühne hat sie nicht bei dem jetzt unser liege plus boots ich bin tröstlich aber ja in deiner sind da ihm etwas old advantage das hat das gefährliche also gleich genug mann und dafür er wird über flaschen ich will nicht weil er ist wichtiger mir kann auch schon ihn holen wenn ich noch nicht ich habe keine chance einzuholen nachstandschaft in eine easy cola für deinen verlängern des abgifts von julietta willkommen zurück koala pitt auch swift ist gehen er ist wird die union ist first item sony wird Komm, ich will noch mehr mehr in den XP haben. Von den Mädels zumindest. This is my life. Dank an Terry Botter für das Runde Dozen. Liebe Bro und Dank an Crisis. Danke euch, Latz Boys, Latz und Ladies. Back. Früher resetten sollen, bevor er tippt, war nicht so geil von mir. Na, so kipp. Bisschen was verloren, was ich hätte von denen sollen. Zwei Mädels. Zupi, Band wird nur besser für mich. Ich bin auch Demolish. Noch mal ein kleiner Chunk oder so. Er zu spät geschildert, kriegt die ganze Scheren-Rotation durch. So, jetzt auf der Cannon Wave. Eine Platte anzuspielen, ist nicht unbedingt so einfach. Wenn gestern der gut spielt, was er macht es actually sehr gut bisher, das Match-Up. Ja, dürfen nicht, dürfen nicht. Anni-Wut nehmen. Kleinerer Traits. Wir haben Scandal, aber auch halt sehr, sehr hart. Also, wir sind die einzige AP-Quille auf... Ne, warte, Jo, Gwen, Dana. Aber ja, ich bin super happy mit dem Game. Also, ich muss ja nicht auf Teufel komm raus, jetzt ein Lead rausholen. Ich habe schon ein Lead, weil ich Gwen gepickt habe. Gegen die Kante. Wegflaschen, sobald ich Jabbern sehe. Schade, manche hätte sehr gerne Nord-Ins. Aber ich Jabbern sehe, habe ich keine Wahl, als rauszuflaschen. Da waren wir hier. Da waren wir, Erkschan. Wer hat ihn? Nice. Schön in Gang gespielt, ne? Sehr gut von mir. Wir haben auch schön reagiert. Sofort gemoved. Das ist auch nicht, dass ich nicht verkauft werde. Wer hat halt gegankt, muss deswegen direkt Flaschen, sonst kann ich da easy mit Ulls. Das wollen wir noch nicht erst hatte spielen. Aufgrund des Jarbans ist mir das nicht vergönnt. Und mein Team reagiert. Und aufgrund meines Teams ist dem Gegnern das Leben nicht vergönnt. Womit ich komplett fein bin, persönlich. Ich hätte eine Platte und ein paar Minions für, aber ich lebe. Flasher halt. Alles in Ordnung. Krieg zwei Platten selbst. Nice. Schöne Reaktion, meine Boys. Gut von mir, geht disengaged. Gut von denen. Er spielt, dass wir was machen dürfen. Auch Harald oben drauf. Und bitte sogar von vorne von Akschan. Ne, schlecht, Mann. Stark, stark. Not bad at all. Super, hier zwei Platten. Kriegen dadurch einfach einen geilen Reset. Für sowohl Bootser als auch für Blasting One. Kinkwort noch ein bisschen Luxus bei. Vielleicht sogar Kacke zu kaufen. I am Lightning. Sie der Strauße, wo sie Lightning ist. Wie, wir hätten fein noch Jarb und gefinished. Ich glaube, der hat sich ein bisschen alles überspringen dürfen. Okay, sie hat leider ihre Q gemisst auf Jarb an. Aber man kriegt ihn trotzdem gefinished. Richtig. Ärgerlicher Fights. Auf mehreren mechanischen Ebenen gemisplayt von verschiedensten Leuten. Happens though. Mechanical Fehler. Pass in den Besten. Man, es geht schon. Mission, müssen passiert selbst Faker. Selbst den besten Spiel of all time. Maxime Markov. Sollte was schon mal wieder fahren sein. Da baue ich vier Mal noch für Camps. Ist das crazy? Heroid läuft top lane. What? Gar nicht mitbekommen. Wait. Ich hätte es jetzt gar nicht durchsachen lassen. Ich habe mich verteidigt. I didn't know. Einfach tot jetzt. Ich glaube, ich habe sauer als Jungler. Oh plate, sage ich. Platten gehören mir und ich dem Herald vom Scheiß-Jungler. Ja, ist mein Turm. Nice. Geiler, so ducke. Fünf Platten. One v one, baby. Und sie haben Drake gesteilt. Okay, das Game ist nicht gewonnen. Game is not free win. Okay, warte. Twitch hat nachdenken. Cosmic Drive. Nash's Tooth. Shadow Flame. Nash's Tooth. Ich denke, Leona, Kessante, Javan. Nash's Tooth. Wo ist der Chat eigentlich gerade so ruhig geworden? Was ist denn hier los? Chat. Keiner sagt, well played. Keiner freut sich alle nur am chillen oder wie? Was soll das? Ich bin ein bisschen hype hier. Ich bin auch voll gut drauf. Scheiße. Chat hasst mich. Hey, moin, Contero. Grüß dich, bro. Flasch sind müssen. Wir haben Lego bauen. Ich kann nicht tippen. Ey, geil, man. Brauchst du etwa das Lego Bruchtal auf? Stark, Team. Bist du die Wave? Mit der rotieren, maybe hat er gerade krugs gemacht Also, ich kann testen können Ich muss sagen, dass leona auch nicht rotiert irgendwie Über die angst eigentlich nicht gerechtfertigt wenn sie es macht gewinne ich Chat ohne Dekomods ist irgendwie anders, knock on a lie. Wo sind meine Dekomods? Dekomods unite Ey, danke dir MrRandom Nickname, ne warte, myRandom Nickname Vielen dank für die fünfer bombe mann, vielen 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 lieben dank Geiler Collapse mit Diana und mir, du hast doch kein flash den hackstack Nice 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 Ich hab da voll geflasht Schöne schäge Position von mir, kommt keiner rein rotiert Ich hab so mich hingestellt mit der W, dass er mich nicht hinten konnte, ne Ich war immer in der W, safe danach Nice Wo man sich das tut, ist so fucking teuer by the way Wofür ist das? Nochmal vielen Dank, das ist mein random Nickname, vielen Dank man Danke Bro Nur quasi der W aktivieren und an den Rand der W laufen, damit Christoph nicht traden kann Ganz am Ende Ich hoffe sie überlebt das, man sie ist Level 8, äh Level 10 zu Level 8, aber sie sucht nach Blasco, nächste Combo würde sie einsperren, aber Wurte er nicht schaffen I don't really think I win these, tatsächlich Ich hab kein Ghost, kein Ult oder 52 mehr, das ist das Matchup für mich, gerade mit Nashor Stoof Ich glaub keine gewinnt sie einfach mehr gegen mich mit Ignite Mal gucken Ich mag es sein, das haben wir nicht, ich fühl viel lieber wieder gegen Karte spielen I don't wanna Match Cannon I really don't wanna Match Cannon Das ist kein gutes Matchup für mich Ist okay, ich bin noch für eine Wave Botlane und dann reassignen wir eh nach Dragfight Ich hab zwei Items für Dragfight, ich bin sehr sehr strong Level 13, höchstes Level im Game Auch nicht bad Gegen Botlan Pryor, weil ich Botlan gelaufen bin aus Base wieder direkt mit Nashor Stoof für den Dragfight Gesamt Autotechnik, leona, jawam, alles geil So einst wenn ich jetzt die Face Checker ist, ich sterben könnte Weil ich niemand, ja, 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 fast checke der Stoppt Er troll ich wäre den langen Weg gelaufen, wenn der rewrite gar sich nicht gezeigt hätte Ich hätte nicht Face Checker Aber der Face Check, muss ich natürlich nicht tun Sehr schlecht von mir, war noch zu sterben, der hatte keine Ulta, der Fall ist gut, insgesamt, aber es hätte besser sein können, mich wieder lebt, Rakan Dumm, ich hasse diesen Champion dafür, er hat sogar mitte die PIN sollen straight, gerade zu laufen, wie ein Inter, wenn wir Javan jetzt auch noch tot, schlecht von mir Direkt nachdenken sollen, weniger reden, mehr nachdenken, weil obviously, wenn ich einfach drüber nachdenken, es wieder blieb werden könnte, wäre ich sofort ready für die PPLAY, weil ich dann über den nächsten Schritt schon nachdenken würde Das Ding mit Stream, du redest halt nur über Dinge, die du weißt oder glaubst zu wissen und nicht auf die Dinge, die du noch nicht weißt Sonst hast du unaufmerksam, aber zumindest geht es mir so Immer noch sehr gut, aber ich wurde gestattet für 900 an MF, ich habe meine letzte Old auch gewastet, das geht besser als Holgen Letztes spielen, ist aber möglich Der Stelle geht Oh mein Gott Malbert, das ist einfach terrible Fetter throw, ich dachte, der Rakan ist einfach one it Äh, die Diona But I guess I'm wrong Okay, wen würde er alles wieder überleben Was gehen wir hier Oh, Ciri ist leider sehr out of position jetzt Auch am runterrennen, wir alle sind ein bisschen am runterrennen It's my bad Ja, wir gehen auf jeden Fall sonnerst dieses Game actually Ich sehe da mehrere Champions, die sonnerst geil dagegen sind Ich liebe es, Kennerl zu sonnerst Das Game wird nochmal spannender gemacht, aber der primäre Fehl liegt bei mir Denn es war mein Fehler und es war auch der erste Fehler Wir können verlieren gegen Miss Fortune, ein Combo mit Leona und Cannon Das ist schon eine geile Bombe holt Auch mit Jarvan Nur Cassandra passt nicht richtig rein Aber dann again, wo passt Cassandra schon rein Habe ich jetzt den ersten Jarvans gerade erst gerespawned Könnte ich mir nicht vorstellen Sie könnten zu viel, aber ich kann es mir nicht vorstellen Ich glaube, er war dead Mit viel stärker, der Typ ist immer noch weak, aber der war mal 0,4 und jetzt dann 0,45 Na, der ist schon stärker geworden, hat meine Throws bestraft Unsere Throws mittlerweile auch Bin ich der einzige Inter in meinem Team, aber bin der wichtigste Inter Denn nur ich kann meine Fehler beeinflussen It's all about me Wow, schönes Outplay Wow, hab ich noch das Gold bekommen, aber ich wurde heftig outplayed Ich hatte sonnlasten müssen Meine neuen Darkstestacks sind weg Wir haben noch das lokale Gold bekommen, das ist nice, aber Jetzt entweder sonnlasten müssen oder auch flashen müssen Ich dachte, ich gewinne einfach schnell Ich hab mich vom Tor weggeschoben, weggeschoben Warte, ich werfe gerade das Game Er schwingt rein, wird gegordrinkert, kriegt trotzdem den Kill Kriegt also den Schwing-Reset Wichtiger Kill noch von einem F Wild, dass sie da gecharmed wird und trotzdem der Kill durchkommt Ich res You res everybody, mate You are a broken champion Lass Nash machen, ich habe genug DPS für Nash Cannon ist vielleicht gefährlich, noch keine Stopwatch Ich bin ready mit Sonnast, aber ich bin vielleicht auch der Einzige, der ready mit Sonnast ist Hier muss ich Sonnastin, ist einfach exhausted worden Cosmic Drive oder Void Staff Cosmic Drive, Void Staff oder Cosmic Drive, äh, Death Cap Ich, Void Staff nicht so wichtig Nur in Leona, Jarvan und Kessante Ist okay, genug Damage trotzdem Wir können einfach direkt Death Cap gehen oder Cosmic Eins von beiden, je nachdem wofür unser Reset imnächst besser ist Ja, sehr starkes Game von mir Dann jetzt wieder ein bisschen geworfen Und jetzt waren wir wieder stark Jetzt haben wir wieder gut Play gemacht Und jetzt chillen wir einfach Wir sind 4-0 gegangen, paar Mal geintet Jetzt wird clean geendet So clean wie landing face Landing face war ja sehr gut Der gesunde getoppte für den Turm Engage in Botland direkt Ich bringe die Wand geht Ich will eigentlich auch nicht Botland gehen Mein Job ist Mitte zu bleiben Die Web zu machen Ist das Serie, da stirbt ein Troll, ist einfach bad Weil ich stehe, der Harald hat den Zähnest Timing, weil der die gleiche Timing hat wie Midwave Ich bin ein Troll, ist einfach mal ein Troll Vielleicht war da mehr drin, aber ich habe keinen Bock mehr zu hinten. Haben wir schlecht gespielt, das muss nicht normal passieren. Der Baum ist vorschleift durch und hinten mich. Ja, einfach rausgehen Jungs. Wenn wir rausgehen können. Ah, der Sterben findet mir noch den Drake. Aber Arcstein wird aber überleben. Der Typ ist ein bisschen zu mobil. Sein Blade-Movement-Speed, Stripe-Breaker, Half-Mont-X-Movement-Speed und seine Passive. Java töten, no joke. Oh, oh, Team. Serie entert aber wirklich hart, ne? Also, das ist echt nicht mehr lustig. We can lose. Scheiße. Okay. Another one. Okay, ich muss den smiten. Ich kann smiten, ja. Aber das ist so cringe geworden von uns allen, doch. Die wichtigsten Flasches auf cooldown. Ich schaue noch Rakan-Fleisch. Blast konzert ich habe doch damit aufgeladene Q jetzt fast. Das Game ist jetzt in einem deutlich schlechteren Spot, weil wir alle ein bisschen am hinten sind, ehrlich gesagt. Können verlieren. Wir sind auch back in business, was XP angeht und mehrere Schattons bekommen die Gegner. Auf Objectives. Und sie haben Soul-Point. Ich habe auch jede Blast konzertopseid genommen. Don't int. Let's just wait. Bot wave und top wave. Wichtigerseits der Ponymoni bin ich geonert dafür. Führtet sie beide ich die viel zurück. Oder sterbt einfach. What the fuck? Wie ist mein ganzes Team geschaut? Ich habe das so gesmurft. Ah, really? Ay, ay, ay. Warum ist hier jetzt rein gerannt? Da sind doch alle ein Busch gewesen Aber das ist so dumm Wo der Worte Wo der Becker Größter Ehrenmann der Welt Alter Danke man In hohem Bogen geworfen von uns allen Seit laufend sich mitte Was macht die mitte Trotzdem müssen wir verlieren Denn ich hätte keine Fehler machen müssen Das ist einfach dumm Dass sie einfach wieder mit reinläuft und stirbt Weil sie leider alle Pings gemütet Die haut mich halt nicht Danke die Ruby Cat und Callum auch gut ist So ein Senpai Panther Vielen Dank Noch eine AD Carry Toots Sehr viel geside stepped Weil wir gehen dann Nash gefinished Also Irgendwie ein nächstes Turm Das war's Mein Team war tot Da konnte ich nicht rein typen Oder so Wieder jemand tot Immer jemand tot Leider Was ist das für Gameplay Oh mein Gott Bei dem Respawn Wir haben da ein nächstes Turm bekommen Das hilft uns jetzt nicht so weit Weiter Wir haben jetzt Fehligkeiten an Nash Und sie haben mit dem Nash die Chance Seele zu kriegen in der Minute Das Game super hart macht Ne Ob es schon wieder gegen die Wand geht Passieren wir auch zu viel Dieses Game Ey deine Stuckin mit Und Big Alu Card Vielen Dank für eures Hapsmann Danke Latz Boys Latz Was war das gerade für ein Speck Wir müssen Drag nicht geben Aber ich werde nicht da sein Wird sich Drag I don't think we win team fights Oh ich werde rein typen Wenn der Team gut aussieht Ansonstweise Okay Wenn Jonas gehabt GG Also Armin ich habe zu viel wieder gemacht Im early game Aber mein team wollte wirklich nicht gewinnen Also Das ist verrückt Das ist wirklich verrückt Ja Also sehr 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 verrücktes Gameplay Und er ziehe ich vor allem Wow Wow What a game Kann er nicht für Backdoor spielen In der Situation Sie haben halt Nash Resets Und die Seele spawnt Das heißt im Optimalfall Kriegen wir Worte Einen halbwegs guten Trade raus Aber Heute schon gedivet Wow Armin's Game ist trotzdem ein Fehler Wir hätten es clean banden können Aber wow Da wollten einfach mehrere Leute Überhaupt nicht gewinnen Wir haben nur Emotionen spielen lassen Und einfach getätet Sehr schade War schon sehr einfach zu gewinnen Das Game Auf vielen Ebenen Aber es ist trotzdem Vor allem auch mein Fehler Ich war 4-0 Und bin dann gestorben Ohne Grund Für nichts Der 4 ist einfach ein Misplay Der ist kinda okay Mit dem Def bin ich fein Ich hab einfach die Ult gefällt Und wurde reingeultet Und gesante Ich hab meine dritte Ult gefällt Und danach ist alles fein Den Fight gewinnen wir auch hard Das ist ja absolut kein Problem Wir traden 1 für 4 Klar ich bin Shutdown Aber You know Wenn sie so viel committen Und ich wurde einfach Basically ein bisschen outplayed Und hab selbst misplayed Das ist ein feiner Def Aber der der 4 ist terrible Wir kriegen Herald Und warum trase ich eine fucking Leona Und bringe jetzt 2 Leute in den Tod rein Ich bin 4-0 Und auf einmal Und collapse dann Ich eh noch gegen die Wand Gegen und auf einmal Kriegen die noch mehr Kills Und Shutdowns links, rechts Und so Das war ein terrible Def Und auch hier Hier wurde ich auch wieder outplayed Und ich muss das nicht machen Das ist auch ein terrible Def Ich hätte einfach Sonnen essen können Ich hätte das easy überlebt Schlechter Def Ähm Nash wieder gut Dann kriegen wir auch ein easy Double Kill Das ist alles geil Aber jetzt haben wir Jetzt hab ich gut gespielt wieder Aber ich hab 2 schlechte Defs gehabt Und wenn ich die nicht habe Ist das Game immer noch gewonnen Ich hab einfach schon Ich hab verloren Weil ich selbst gemischt habt Das war mein Fehler Trotzdem ein cooles Game zu spielen Fehler passieren Und Bei dem war der dann sehr sehr sauer Und ich hätte halt Einfach cleaner bleiben müssen Und zugewinnen Nicht wahr But I didn't I missplayed It's fine Nicht verdient gehabt Fehler passieren Mein Team war einfach sehr sehr tilt Gerade unser ADC Was für ein geiler Tag Wir haben nur mit Runecken gewonnen Mit allen anderen verloren Mit einer remake Mit einer Mit einer